bitte was meinst du um die Siedlung zu bauen oder so ein Unterschlupf wäre auch gar nicht so dringend ja aber wir haben da hinten unsere ganzen Rostoffe ja ja nein darum geht es nicht nein das meine ich hauptlich meine ich hauptbasis so nebenbasis ja einfach nur ein Unterschlupf ja das könnte man ja machen und gerade fragen weil trinken und so weiter wäre ein bisschen schwerer hier bloß mit dem ganzen alter ist hier viel eisen das ist wie gesagt wirklich gleich um die ecke hier ist hier eisen ich höre jetzt auf zu sammeln hier ist wohl ein Teich du ohne Nuss was was hast du gesagt hast du nicht nur einer vorne sind die ersten Häuser weil ich hier entstellt siehst du das erste Haus ah ja richtig sag mal in Anführungszeichen moderne Häuser also weiß man nicht ob das ein Skorpion hier ist oder einfach nur Dreck ach warte ich nur noch ein bisschen eisen und dann schon wieder über 400 eisen deswegen sind wir schon einfach weg ja und du ich glaube du kannst noch mal das zweifach wird auch ich glaube auch aber ich sehe Skorpione und es sind unterschiedliche ich glaube es sind unterschiedliche Skorpionarten das ist ein Baum ist cool was Baum ist cool welcher Baum der hier die große schon Affenbrotbaum achso ich kann es auch nicht fällen wer ist denn da jetzt achso ich bin vergiftet wie viel gar nicht nein der hat mich nicht vergiftet achso der hat mich nicht vergiftet ich habe verstanden ich bin vergiftet hier war aber noch irgendwo einer äh da vorne ah ja lass da runter ne weil der sieht viel größer aus der sieht viel größer aus die hätten viel größeren kann man da jetzt einfach so mal wild rein rennen oder sollte man dabei sagen hier ist ja noch mehr als ähm sind das zu löwen dann erstmal die Tore pass auf da oben sind Bogenschütze glaube ich sehe ich alle ja das sieht so aus so wie schleicht man hier nochmal ja 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 hm 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 die sehen uns nicht jetzt fehlt mir so das Auge von hier wie bei The Forest da ist ein Auge auf dem Plakat wie Forest Hyäne was ist das denn was ist das was ist das was ist das was ist das eine Zebra oder was war das eine Zebra nein weißt du das Viech hier war nicht sieht aus wie ein riesen riesige Heuschrecke ich sehe gerade auch keinen Tee hier weg das grüne das ach das da hinten jo lass das töten oh zwei äh Herr Dooh sie sollten nein es hat mich ähm es ist glaube ich keine Vollschrecke es ist aber tot was nicht vergiftet okay es gibt ja ich bin auch wie oft immer einmal Prozent und da erschreckt mich nicht die machen sie kracht die vierte Leben und doch keine Bogenschützen sind nur Hörner ah dann lauf ich jetzt eigentlich hinter uns hinter uns hinter uns ich bin auch vergiftet zweifach vierfach sechsfach ich bin neben ganz schnell ja ich muss mein Schwerk gleich reparieren ooooh okay ich musste was gegen Gift nehmen weil ähm das Gift von denen ist sehr stark kann das sein? ich muss ja ja wenn du sechsfach vergiftet bist alter das hat aber jetzt echt gut reingezogen ja wir müssen jetzt mal eben warten achso sechsfach vergiftet bist ganz schnell nehmen ey ich müsste mein Schwert reparieren dann mach doch achso äh warte ich geb dir Eisen ich seh zwei Wachen da vorne so hab ich vor mir gelegt ja warte ich komm zehn Eisen achso warte ich kann noch einen geben ich hab noch einen ja ist gut reicht ja reicht erstmal ja ich wär halb voll wieder uah ruckel ich wär wieder halb voll ich bin Vittel ich würde gerne aber mal eben was trinken und was essen achso oh trinken ich glaub das sind Mitra Anhänger Mitra? dann wär ich ja glücklich ich glaub nicht dass die so gerecht sind achso oh nein ich bin mal kumpel aber die grünen Viecher die waren ja echt äh heavy was die vorher nie oh die sehen sogar gar nicht schlecht aus ähm aua die sind nicht so fröhlich glaub ich ähm der ist wieder aufgestanden mit einem Schatz ich hab den ungehauen August ähm aua 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 ha 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 weg hier wo wir sind tot recht alle naja warte ich warte je was das ohne Cobra schlagen gibt's auch ja ich wollte nur mal eben mit seit von Datte dem hier drauf fahren die gibt's eben achso wollen gibt es ja 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 wir stehen schon wieder so auch ohne oh der hat Eisen dann ist das jetzt sehen glaube ich immer Vorsicht da ist ohne pack da jetzt mal grad ich weiß nicht nur aber nicht da gibt's ja auch ja natürlich ja einmal hallo Herr Fighter alter junge lass das uah oh kurz vom tot ja ich kann nix mehr mitnehmen ist gut schuld schuld oder was für Eisen die haben Eisen dabei und ich lass echt ja alter warum bin ich denn so gedamaged die haben es drauf entweder bauen wir hier irgendwo eine Kiste hin die wir markieren deswegen sag ich ja so ein Zwischenlager wir können ja hier voll viel warm Eisen in den Ofen hin bauen jetzt mal direkt die Kohle und das Eisen und nimm die Eisenbarren mit wollte ich grad sagen das ist ja weniger weil brauchte ich nochmal für den Ofen brauche ich 540 Steine gut Steine sollte hier nicht abgeben sein äh sollten wir da nicht wissen so ein bisschen Haus bauen oder so also ja dann brauche ich auch Steine aber ich kann nix tragen ja ich würde da hinten hingehen wo das ganze Eisen war ne da waren ja auch so flachen Ebene und nicht ganz so viele Viecher auf jeden Fall wie jenen nur jenen sind mir lieber als diese Giftviecher dann ähm wo wollen wir hin leider komm dann lass mal machen ja hier gerade Ausdruck aber wir brauchen irgendwo Wasser oder so ne stimmt vielleicht dann auf der anderen Seite ok wir müssen erstmal Wasser holen glaub ich aber wo ich würd vielleicht hier einfach mal langlaufen dann ist was wer ist wo's red äh was sind hier unser bio hin ich bin hier hinten hier an der Mauer was an der Mauer was an der Mauer auch so ich bin hier aber ich wollte ein bisschen weiteren Abstand halten und schon ein bisschen größer die Stadt war ja auch relativ groß OO 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 das ist noch schnell an die genauer legt an das Entschuldigung genau das so blau markieren so blaue Blume und es ist auch Wasser was ist das um was ist das es ist glaube ich sind und wir sollten zurück das sieht nicht gesund aus wo's wo's bieten in er wo muss es auf Wasser zu holen verfangen für ein Vieh was ist das er in der Stadt glaube ich drin ne hier Wasser ach so ne ich meine ein ist das Vieh das würde ich in Ruhe lassen wenn das was das direkt hier hinter diesem Tor Holum auch mal gucken wir spielen weit weg von dem Vieh hier ist zwar Kohle und alles aber wo wollen wir ohne Wasser nee das das willst du nicht angreifen will ich auch gar nicht viel blöber nicht er hat da hier ist noch ein Tor mit Hörnern hau ab wir müssen wohl uns durchweiten was ja ne hier ist nur reine Büste wir brauchen Wasser und Wasser ist hinter den Stadtmauern die haben so schönes Eisen dabei was heißt denn Eisen sind so schönes ihr äh ich bin schon wieder einfach die Schöne wir haben ober Gott was sind was sind tot nee recht ja ab die haben Schilder ja und die Strafen ja heißt uaah heißt ich bin so gut wie tot ja solle beide tot solle beide tot noch nicht ganz also ich ja minimal aber wo bist denn du Fay ich muss sie jetzt ah da hier 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 Fay Fay hier hier ich seh nichts ich muss erstmal weg hier ich bin derjenige der hinter dir rennt oh man ich hab keine Ausdauer mehr ich glaub die haben aufgehört zu schießen nicht so nah da dran ich weiß nicht ob die die spawnen sind äh die spawnen sind oh die die laufen einmal aber erstmal gute Stücke der wa wir haben Giftwaffen das schaffen wir noch nicht ne das schaffen wir noch nicht wir brauchen selber Giftwaffen und bessere Rüstung aber wir sollten uns vielleicht ähm hm wir sollten zurück ja ja wir gehen jetzt zurück erstmal ähm aber man könnte der Bio hat gar nicht mehr so unrecht man könnte sich ja so ein Zwischenlager aufbauen ja aber jetzt noch nicht nein jetzt nicht aber wir könnten uns das ja auf der Karte markieren ja und dann können wir ja mal hier so mal hin soll ich auch markieren bevor deine Markierung dann wieder weg ist ja ja oh hier sind die grünen komischen die Viecher wieder wir müssen aufpassen lass hier weit außen rum bitte ich bin nämlich nur halb achso mein Schwert ist auch fast gedamaged wir haben uns ist auch schon ziemlich weit runter ab vorhin waren diese grünen Viecher da noch gar nicht da oder warte wir können ja hier jetzt einfach die Markierung setzen oder wo der Elefanten wo der Baum ist ah ja genau diesen Elefantenbaum den der Birne nennt wieso denn Affenbaum das kein einziger Affe drauf Bio wieso kommt so auf Affenbaum weil die so heißen das sind Ticke Bäume Affenbaut Affenbaut ja genau Affenbrotbaum kennst du die nicht? äh wie kann man nochmal markieren also ich weiß nicht ob das jetzt so einer ist so so ein Naturvorneutiger so sieht der auf jeden Fall aber aus äh rechtsklick ähm da mach ich mal so ne Notiz äh ich kann nicht viel eisen du darfst halt nicht direkt bei uns setzen du musst doch ein bisschen so so an unserem Hintergrund ne kannst du das sehen was ich jetzt gerade geschrieben hab Bio nein ich muss das selber wir müssen das jeder selber echt ich mach äh Zwischenlager schreibe ich einfach dann los ähm ja wir sollten jetzt ja ja doch noch ein bisschen mir noch so ein bisschen jetzt hochgehalten würde ja ich bin jetzt komplett nicht wie nah darf man denn an der Stadt vorbei denn das wird ja angezeigt wenn in die Verderbnis kommt kommt wird sich direkt also nein nein da wird gesagt verderben also das wie in den Höhlen was noch ja gut die hat nur jetzt noch gar nicht mehr ja auch wir haben aber früher war das doch immer die Höhle bei uns direkt verderben wird dir direkt angezeigt Prozent wenn du die betrittst dass du verderben hast achso okay erhältst du noch Kohle wir können auch Wasserquellen bauen sehe ich gerne aber dafür müssen erstmal 25 was Level? Level 25 müssten wir dafür erstmal kommen ähm ich bin Level 23 du bist höher als ich du bist höher als ich du bist höher als ich wir haben nun niemal ne warte darf ich bei ihm gucken hm ich bin 22 da sag ich doch minimal der Eisenhammer Eisenhammer kostet übrigens äh ab Stufe 22 und ich glaub den hab ich ich bin wenn ich den habe mach ich dir den versprochen oh das ist sehr nah an diesem du darfst nee das geht ja nee ich meine an der hier grünen an der grünen Wand ja ja dann gehe ich und lieber in die Verderbnis aber siehst du guck mal wie der Sand da aus ja das ist ja ruhig ne ganz anders aber da sind auch Skorpione sehe ich gerade ja hier gehts noch also hier gehts noch aber viele Skorpione da in der Wüste da sehe ich auch schon wieder einen aber wir können nicht außen rumlaufen weil dann sind wir tot wir müssen uns mit dem anlegen leider Fee ja ja ach Gott ich hab noch Gegengift ja ich auch zwei mal vier mal tot nee was ne ich sag vier mal ich vier mal deine Kehle ist völlig ausgedürst ah ja klar vergiftet brauch noch mehr trinken ne ja hast du Gegengift schon genommen ne 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 ist schon vorbei wieder aber Hälfte ist mein Herz runter ja also den ja und der nächste schwarze Skorpion kommt äh was sagt dein Leben wohl dann hol du dir den mal ich hab nur nicht mehr viel trinken ne achso mhm ja gut kriegen wir schon hin bevor sie nicht zu nahe in der grüne gehen ja ich hab ich bin jetzt zwei mal vergiftet ja das stimmt die schwarzen Skorpione Bio sind die riesen also diese riesen Viecher hier ja ja ach nein ich will überladen nein da läuft ein Skorpion ich versuche es ja ja warte ich komm sofort Moment ich muss eben ablegen so Essen kann ich ja gut trinken kann ich auch noch was bisschen hab ich ja noch ich glaub den können wir umgehen ich glaub den sind wir umgegangen ja obwohl die Spinnen finde ich immer noch schlimmer hm ich weiß nicht aber guck mal äh was oh warum der denn jetzt her wie oft vergiftet keinmal ah ja gut aber guck mal hinter diesen grünen Dingern Toren da liegt Eisen ein bisschen komisch hinter dieser grünen leuchtenden Wand oder dort der Eisen ist oder jo was das hier äh Eisen und also was ist hinter dieser grünen leuchtenden ja Trennband ja oder wie auch immer man das nennen möchte vielleicht erweitern die das dann noch vielleicht ja gut das kann sein ja vielleicht ist das ja wirklich so ja dass die halt sich gesagt haben okay wir machen erstmal sowas hin hm und naja vielleicht verschieben die das ja noch doch das kann sein auf der Karte hast du auch überall noch Ruinen rechts und links rechts und links achso ja ja stimmt ja außerhalb ja vielleicht musst du höheres Level sein um das betreten zu dürfen achso meinst du ja dass sich die 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 Wände dann ein bisschen erweitern oder so das könnte ja wäre auch es gäbe ja so Spiele wo du die Wände sich erweitern wenn du ein höheres Level hast also beziehungsweise weiter gehen darfst als vorher ja klingt gar nicht mal so doof ja weil bei ARC hast du ja auch Zonen wenn wir jetzt mal ARC nehmen ja hast du schon recht musst du ja auch Zonen hm dass vielleicht sowas in der Art ist dass das so ne Zone ist weil ich schon wir konnten deinen Körper übrigens leider nicht retten Bio ja das ist kein Problem ich meine gleich auch ein Eisenhammer dafür zuerst das war ein bisschen sehr heikel der Felsen drei Leute hinterher gerannt und die waren aber schon ziemlich heftig ne wir müssen jetzt hier abbiegen sein ja die waren echt heftig die die Händigkeit oh das schert was ich jetzt die Kraft gecraftet hab das hat sogar 37 Schaden oh was ist denn das für eins fuck ich mit gehärtetem Stahl oder normalen normalen Stahl äh kein Stahl, Eisen was ist denn das für eins ja weil der cheatet der cheatet heimlich ich kann auch jetzt ja glaube ich craften das hat was mit den Leveln zu tun und mit den sicher mhm wir sind jetzt an dem einen Lager hier fair aber ich hab gedacht da sind wir schneller am Wasser wir müssten uns einmal jetzt noch fett durchfalten hier oh ne einmal fett durchfalten mein Schwert ist platt achso Steinschwert äh ja auch fast platt ich hab keine Steine steine wär jetzt nicht ein Problem gewesen ok dann müssen wir jetzt ja aber ich bin auch fast voll ja 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 hier das ist halt einer wo wir äh 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 letztes mal waren ja ich weiß du hast auf mich Nein, ich hab den Typen aufgehauen. Ich hab den Tussen jetzt gerade nicht gesehen. So, meine Ausdauer ist gerade leer. Ich hab keine Ausdauer mehr. Das ist gerade ein bisschen problematisch. Ja, bei mir ist problematisch. Mein Schwert ist fast platt. Warte, ich geb' der Steine. Hier, abwägen. Ich kann noch nix mehr leer. Dann schmeiß' Eisen oder sonstiges weg. Ja, Eisen schmeiß' ich bestimmt nicht weg. Ja, warte, dann kann ich ja Eisen aufheben gleich. Schmeiß' Eisen raus. Ja, aber lass mich doch erstmal reparieren, bitte. Äh, aber ich kann abwägen. Und die restlichen Steine schmeiß' meinen weg. So, jetzt geht's. Na toll. Woll' ja gar nicht. Jetzt geht's, hab' ich doch gesagt. Irgendjemand schießt hier. Ah, scheiße, der ist Bogenschütze. Warte. Ja, du bist ja voll auf mein... Alter. Stell dir dich mitten im Weg. Wo ist der? Ja, der ist tot. Der andere ist hier hinter uns. Aber ich hab' ja keine Ausdauer mehr. Und wegen dir bin ich fast gestorben, weil du mir mitten die ganze Zeit im Feld warst. Im Sichtfeld. Wo soll der Gogen? Ja, deswegen bin ich ja fast tot jetzt. Ah, keine Ausdauer mehr. Kann nichts machen. So. Die. Was hat denn schon wieder geköpft? Erstmal hier füllen. Nö, so. Und trinken. Bio, wir sind auf dem Weg. Wir sind nur auf der falschen Seite. Ja, das ist egal. Wir kommen ja nachher an unserem ersten Lager dann mehr oder weniger vorbei. Bitte aber gehen direkt zu unserem Lager. Ja, können wir ja von hier aus. Hier war das ja eigentlich ein leichtes. Hier kamen keine riesen Monster. Ja, das stimmt. Ich muss nur mal irgendwo essen. Hast du noch was zu essen oder brauchst du? Ich hab, hast du auch noch? Naja, alles klar. Darf ich mal eben was trinken? Ja. Da nehme ich nämlich jetzt das in der letzten Fackel. Ich kann die nicht reparieren. Egal. Brosse Farben, äh, Fiber. Mach du deine Fackel doch an. Ja, meine ist doch. Repariert, warte, ich leg dir was ab hier. Nee, du sollst sie anmachen. Ja, so. Und da liegt jetzt nochmal. Das sehe ich doch. Ja, da. Da. Böö. Aber komm, das war ein Abenteuer, oder? Wissen du? Ich glaube, der Bied war. Ja, und wir sind nicht alle gestorben. Bestimmt. Nö. Trotzdem ist das ja gar nicht für Bied oder? Hä? Ja. Wir haben schon wieder fast eine Stunde. Wir haben schon eine Stunde wieder voll. Boah, drei Uhr schon gleich. Oh ja. Jetzt gleich mal ins Lager und da glaube ich, äh, müssen die Barbaren mal ins Bettchen. Die Barbarinnen. Ach so. Ah ja, Barbarinnen. Entschuldigung. Ich vergesse das auch. Weil Kücher sind. Oh nee. Weil um sieben Uhr, sechs Uhr werden wahrscheinlich schon zwei, mindestens einer auf unserem Bett tanzen. Ja, vielleicht auch nicht. Heute war es um acht Uhr. Heute war es nur um acht Uhr, super, ja. Wie lange waren wir gestern wach? Und auch wieder um drei, ne, Bio? Wann waren wir gestern? Ja. Ja, dann noch eine rauchen, bis wir dann mal, äh, im Bettchen waren, wart auch schon wieder was später. Wo wir können ja ein bisschen rennen, ja, oder? Ja, denkt dran, Ausdauer. Ja, ich mach mal nur so halb. Wollt ihr euch denn auch diese Art Waffe machen? Wenn du kannst. Ja. Wir ist sehr froh. Aber wir haben ja genug Eisen, also ist ja nicht so. Ja, ich hab auch noch Eisen bei mir. Äh, wir müssen mal eben was wegschmeißen. Also ich. Ja, jetzt muss ich auch was wegschmeißen. Beulatfleisch. Ich auch. Ach, du bist so. Bin nur ich. So, hier müsste irgendwo noch ein Camp sein. Von, von Gegnern. Na, da kommen wir jetzt leider direkt. Uuuh, Golem. Ja, und dann sind hier jetzt leider drei Gegner. Das waren die aber auch Freunde nicht. Ich hätte mal fragen sollen. Nämlich kann ich nicht. Die haben uns angegriffen. Wieso köpfst du die immer und hypierst die? Da kann ich nichts für... Na, warum hab ich die denn jetzt abgelegt? Ich trottel. Da lege ich die ab, anstatt zu reparieren. Ich bin echt manchmal geistreich. Ich bin ja so geistreich. Was ist noch hinter mir? Guckst du auf deine Ausdauer? Äh, ja. Eben nicht. Lüg nicht. Ich bin ein wenig voller Euphorie losgerannt. Es tut mir ja leid. Da hinten sind die Figuren. Ah, hi. Hallo, mein Freund. Mein Freund Koko Fund. Ach nee, jetzt... Warte, ich muss mal eben ein bisschen was wegschmolzen. Versehen, was gesammelt. Aber meine Rüstung ist noch... Ja. Ist noch vorhanden. Nicht mehr ganz so viel. Ja, nee. Bei mir geht auch. Aber die hat lange gehalten. Diesmal, ne? Ja, ja. Weil ich fand die Leder... Was war denn das? Wo der Bio sagte, die hat lange... Die hat ja auch echt lange gehalten. Diese Lederrüstung. Und nachher jetzt durch den Patch... Ruckzuck ist sie wieder runter, ne? Ja. So ein bisschen ätzend. Ja, das stimmt allerdings. Aber die hat wirklich länger gehalten. Ja, ja, ja. Da gebe ich mir recht. Die hat er echt länger gehalten. Das stimmt schon. Aber jetzt nur in einem Patch... Aber die jetzt, die hält auch länger, ne? Muss ich ehrlich sagen. Oh, okay. Mein Eisenschwert ist so gut wie kaputt. Mein Eisenschwert ist so gut wie kaputt. So war schon... Wolltest du schon auf der anderen Seite schwimmen, ja, ne? Ja, bitte. Ich möchte nach... Kruke fand, kruke fand. Ja, jetzt muss ich erst rüber schwimmen. Ja, nicht hinter uns. Vor uns. Ach so. Ja. Boah, hier... Frisst man ein Steinschwert. Ich bin sparsam mit meinem Eisenschwert jetzt. Das ist... Ich glaube nur drei Schläge und dann ist kaputt. Nö. Meins ist kaputt. Also dann ist es schon kaputt. Der wird dann auch leider gleich Koko-Fanten kommen. Ach so. Ich könnte meine Fackel auch mal wegtun. Schwimmt man schnell... Und schneller mit Shift? Ja. So mal. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich wese nicht. Ah, ich bin gleich voll durchgeschwitzt. Fast zu Hause. Fast. Aber da sind wir jetzt echt einen mega langen Weg gelaufen, wa? Mhm. Na, da ist der Koko vorn. Aber... Wir hätten wahrscheinlich auch irgendeinen schnelleren finden können. Betten. Ne, ne. Ich meine so... Das ist ja schon von einer Mapseite zur anderen Mapseite, ne? Das ist ja schon, äh... Vom einen Ende zum anderen. Äh, wo wir noch gut farmen gehen können, war zu diesem einen Lager... Äh, Lagerinsel da, ne? Die eine Insel... Äh, ich bin... Ja, ja. Da, wo... Da, wo der... Mir und ich die ganze Zeit waren, äh, mal... Also hinter unserem Lager ist ja so... Ja, und da, wo wir jetzt waren... Ja, 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 sicher. Also fahren kann man da trotzdem gut. Also... Ich finde, die Skorpione haben wir eigentlich relativ auch gut platt gemacht. Diesmal schon, ja. Kommt ja auch gut hin zu dem Eisen, was da hinten ist. Ja, nur der Viech ist so weit. Das ist das einzige Problem, man jetzt nur die Typen. Ja, das auch. Und der Viech ist ja weih, ne? Aber da, wo wir hingegangen sind, war ja gar kein... Da war ja nichts. Ne. Ja, doch, da waren jetzt nachher diese grünen Viecher. Ja, gut, aber die kriegst du auch platt. Ja, ja, ich sag ja nur. Ja, die Geflügelten, die waren aber kurz vor dem Tor erst. Ne, die waren nachher jetzt auch an dem Eisen gedöhnt. Komischerweise, warum? Ja, aber nicht ganz weit hinten, nur ganz vorne, ganz am Anfang, wo du... Von der Stadt gerade runter gehst. Ne, ne, auf der anderen Seite auch, hast du die nicht gesehen? Da waren aber nicht so viele. Aber nicht nur direkt. Da waren jetzt drei Stück... Ich hab mich auch... Ja, da gab's aber noch das zweite, die zweite Ader. Ne, 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 die waren da, wo wir herkamen auf einmal. Ich weiß nicht, warum. Weil vorher waren da keine. Deswegen, naja. Ich seh unser Tempel. Und ich seh den von Bio. Wir bauen demnächst so ein Rad, setzen das auch dahin und dann... Holmonstie-Typen. In Vollführung. In Vollführung. Nach und nach Holmonstie. Genau, und die können wir immer ein mitnehmen. Boah, da war es unterstückt. Doch, was ist mir los? Was ich gerade sagen, kann es dann immer wieder ein mitnehmen, aber da müssen wir auch ein Tempel dahin stellen. Oder du lockst die anderen raus und du stellst dir eine ganze Reihe an Bogenschützen achten. Ja. Ja, so hab ich früher auch gekämpft. Alleine. Ja, anders geht es nicht, manchmal. So, eure Schwerter sind hier. Warte, ich bin gerade am... Ja, warte, ich gucke mal. Schau, Melzen. Ach, das Schwert. Hat aber auch 37. Ja, das ist aber... Wo soll er denn? Hä? Das ist aber an... Abhängig von Dings. Ach, ich komme da wieder nicht dran, weil Faye wieder komplett bookieren muss ich so lange. Hallo, Faye. Ja, warte. Nee, nimm mir doch direkt einfach raus. Verstehe ich nicht. Nee, ich kann aber nicht ganz so machen immer richtig. Ach, dieses... Dieser Haken da? Ja. Cool. Ähm, ich kann nur eine Axt im Moment machen. Was brauchst du denn? Eine Eisenachs. Also so eine Streitachs meine ich jetzt, ne? Achso, wegen... Das ist doch auch cool, oder? Soll ich dir eine bauen? Wo steht... Das... Doofe ist ja, da hat ja keine Info stehen, wie viel Damage die machen, ne? Aber trotzdem will ich mein Schwert reparieren. Da auch du musst im Inventar gehen. Dann noch einmal draufdrücken. Da steht dann auch Gesundheitsschaden 37. Achso. Ja. 37. Nee, ich meine von Waffen, die du bauen kannst. Da steht ja nix. Nee. Das finde ich ein bisschen doof. Das, so meinte ich dann, Entschuldigung, ich hab mich ein bisschen doof ausgedrückt. Nee, ich hab die auch falsch gestimmt. Eisenachs, nee, aber... Und wir haben schon wieder so viel Eisen gesammelt. Ja, ist voll. Irgendwann so wird tot. Kann sich ne Armbrust erstellen. Ich bin... Kann man machen, ich bin nur total der Nicht-Fernkämpfer. Ach, das macht man so. Das krieg ich ja noch ein anderer Hand. Wenn eine andere... Äh... Waffe möchte ich trotzdem... Ihhh, scheiße, ich hab was vergiftetes gefressen. Ja, musst du jetzt halt auch aus... Äh, auswarten. Abwarten. Ach, so ein Scheiß. Brauche aber, glaube ich, Leder. So, mit Feuerpfeilen würden wir aber, glaube ich, auch schon was weiterkommen. Also ne Iron-Axt. Ja. Also ne Zweihand-Axt. So... Plup. Ich würde mal sagen... 35 Minuten. 3 Uhr, äh, 11. Ich sag mal...